Okay, ich bin Saskia, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Böblingen bei Stuttgart und ich bin derzeit Tänzerin und Tanzlehrerin und ja, das wär's. Also ich tanze vor allem so Jazz und modern sehr gerne, Ballett auch, Ballett unterrichte ich vor allem, mag ich auch sehr gerne, ich hab halt mit Ballett und Jazz angefangen und das schon mein ganzes Leben lang eigentlich getanzt. Und dann in der Ausbildung hatten wir aber sehr breit gefächert. Also ich hab an der New York City Dance School in Stuttgart, hab ich die Professional Dance Academy absolviert, das ist eine Tanzausbildung, die geht 18 Monate und die hab ich nach dem Abi dann direkt gemacht und da hatten wir dann Ballett, Jazz und Hip-Hop als unsere Hauptfächer. Ich glaub, dass dadurch, dass ich so klassisch trainiert worden bin und immer schön alles oben und alles fest und so weiter, ist es mir auch super schwer gefallen, so im Hip-Hop so voll loszulassen und diese Bewegungen zu machen, weil das so in meinem Körper drin war. Ich mag es weiblich zu sein und sexy zu sein und ja auch auf Fields zu tanzen und so die und die Musik Richtung gefällt mir einfach das so ein bisschen zu verkörpern, sensual und ja weiblich zu sein. Aktuell bin ich tatsächlich Tanzlehrerin und möchte auch als Tänzerin wieder arbeiten. Ich möchte einfach da wieder 150% reinstecken. Tänzerisch versuche ich mich jetzt auch noch weiter zu bilden und versuche zu verschiedenen Workshops zu gehen, um da ja in der Tanzwelt auch Fuß zu fassen und da das zu meinem Beruf zu machen.